Und ich wirb eigentlich gerade in Gefahr, aber egal. Vergiftung! So, durch Vergiftung kann man zum Glück immer noch nicht sterben. Nee, Alter, das ist sowas total reudig. So, gut, ich heile. Warum heile ich so langsam? Wachsie! Wachsie! Wach ich gar nicht! Nein! Okay, das war ich jetzt wirklich nicht, ne? Ja! Glaub ich dir! Ich hab dir alles zugegangen. So richtig reudig! Glaub ich dir! Ja! 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 Ich bin ein bisschen bekifft und ein bisschen besoffen. Bekifft glaube ich dir. Besoffen weiß ich nicht. Und dann bin ich verrückt wie immer natürlich, liebe Zuschauer. Das auf jeden Fall. Ihr könnt ja gar nichts anderes von mir warten. Nichts produktiv. Überm Berg. Hinter Max also. Ja, da dürften eigentlich ein Viechern sein, weil da habe ich so null ausgeleuchtet. Ich bin ja auch seitlich, hast du nur mehr ausgeleuchtet also. Ich habe eigentlich nur so ausgeleuchtet, dass die Viecher mich nicht nerven. Und da, wenn, sitze ich gerade ein Skelett vor mir ab. Okay. Leute. Da steht der Enderman. Nur mit vollem Leben. Oh, nicht ab. Wo bist du? Da. Jawoll, ich habe ja nicht mal wieder ein bisschen Eisen gefunden. Ich guck dir den Enderman an und... Es war... Es war einfach mal nur ein Block. Es war nur ein Block. Ah ne, hier ist der Rest. Scheiße, denke ich. Spitzhange auch zugrunde. Ah, und da keine Enderpedal. Toll. Ein Creeper-Monster? Creeper-Monster? Ich schick das schon, ne? Ich bin nicht dumm. Du, wie schnell ich reagierst. Die nächste Frage. Was denn? Die hüpft auf meinen Feldern rum. Krieg das aber nicht hin, ne? Das weißt du. Weißt du, warum ich in anderen Projekten immer ne 3 Meter hohe Mauer um mein Ding baue, ne? Mhm. Wie soll ich... Wie soll ich... Wie soll ich Pisskinder nicht auf den Sack gehen? Ja, alter. Wie viel Creeper hier einfach mal rumstehen? Naja, genug Gunpowder, dann brauche ich nur noch Sand. Nein. Als ob ich sowas machen würde. Justin, das geht nie gut aus. Weißt du, beim alten Server-Let's Play, wo dann auf einmal die ganze Tür in die Luft geflogen ist? Hm. Hm. Ja gut, ich wusste halt, ich hab irgendwo mein TT von 9, ich wusste nur nicht wo. Hm. Verloren. Ja, die Falle muss der Tasche, kennst du doch. Ja. Verloren, die platzieren sich von selbst, ne? Unverwürdig platzieren. Fuck, ey. Unverwürdig platzieren. Mehr gezwungen als gewollt. Ja, ja, natürlich. Hm, hier spawnen ganz schön viel Spin. Ich muss sagen, ich hab immer noch null Seide. Das ist erstaunlich. Wie viel Spinnen ich bereits erlegt habe. Niemand von euch hat Seide? Alter. Ich hab ein Baby-Zombie. Ja. Ääääh.. Schön, dass Max gestorben ist. Oh, nicht! Max ist nicht gestorben. Genau, Max ist gestorben. Wir sind nur X X. Ja, die geht mir die ganze Zeit auf den Sack, also töd ich die. Alles klar. Jetzt bin ich schon mal auf Ebene 20, das ist doch schon mal vielversprechend. Wenn ich jetzt den ganzen Mist hier noch bis da runter war, das ist voll der Scheiß. Ich hab überhaupt keinen Bock drauf. Das mach ich einfach mal gar nicht. Oder auch Screen oder so. Ja, ob der jetzt wächst. Vorne ist ein Hühnchen, aber Hühnchen brauch ich nicht. Na, wenn du welche auch nicht. Ja. Du weißt, ich hab so viele, dass du da schon Frey verlust. Das hab ich für einen Küken. Dadurch, dass ich momentan mit Shader spiele, noch mehr. Ich dachte grad, was ist denn da schwarzes? War nur ein Warzenschwein. Oh. Ich. 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 Digga, dieses Zeug wirst mich echt heil werden. Und, ist da die Co immer noch auf dem Haus von Max? Auf die Haus von Max? Auf dem Haus. Dein Hörvermögen wird auch immer schlechter, Max. Alles klar. Ja. Ja. Jetzt ist so braun. Jetzt bin ich auch auf Level 14. Ach, genau. Level 14. Also ob. Nee, also ich bin hier auf Ebene 14. Schade, ob hier irgendwie spinnig was gespawnt ist. Aber so wie es aussieht einfach nicht. Ich bin hier ja immer besser. Also die ganzen Gänge von Dennis. Die findest du eigentlich nicht. Ich bin extra weiter weggegangen. Ah, okay. Hast du durch Dynamine weiter runtergegangen? Ich bin bei meiner Unterwasser... Ach so, ne. Gut, ich hab nur Unterwasser. Da in der Nähe hab ich halt auch ein Mining-Kraft gebaut. Andere bauen Basic-Häuser, ich baue Unterwasser. Was ist jetzt besser? 12 oder 8? 4. 4, okay. Oder ich mach's einfach so. Ich bin auf Ebene 8, ne. Aber grab den Gang einfach 4 hoch. Oder 5. 2, 8, 9, 10, 11, 12, also 4, äh 5 natürlich. Das war der 5, ne. Oh, wenn ich das machen möchte, brauche ich Leder. Und Leder habe ich auch mal wieder. Äh, Justin, du hast meine Kuhfarben gesehen, also... Wenn du was brauchst... Ich vergesse es immer wieder. Du kannst es gerne haben. Mhm. Dann nehme ich es mir auch gerne. Ich habe aber immer noch keine Tür. Ah, da verfehlt hier der Zaun. Und das war nicht durch mich. Leck mich doch, Alter. Hat hier wirklich den Zaun eingerissen? Zwei Stück fehlen da. Das ist halt deine kleine Grieferin. Hier vorne steht einfach ein Schwein beim Pferd. Bei Pferdinand. Bei Pferdinand. Du sagst das Dennis. Der hat sich das Pferd so genannt. Was? Ich nehme mir mal hier so Pferd, äh, 14 Stück. Äh, 14... 40... Stacks oder normale? Ich habe letztes aber schon eine Zaun eingebaut, oder? Achso, du kannst hier rüber. Mhm. Ich bin letztes Mal auch da rüber gegangen. Dafür habe ich das Ding extra so gebaut. Nicht, weil ich es vergessen habe. Haha, genau. So, jetzt bin ich auch mal wieder bis hin an der... Oberfläche. Ihr müsst ja nicht immer mich Minen sehen. Dann nehme ich mal von Max mir hier ein Zuckerröhrchen. Na, davon muss mir auch noch Boltenposten denken von Max. Mhm. Was? Am besten, äh, alle unten abhauen, ne? Na, ich nehme mir nur... Ich baue nur eins. Das ist immer das Unterste. Komm, nicht bei mir. Keine Sorge, ich habe mir nur zwei genommen. Also... Und ich war noch nicht da, keine Sorge. Oh! Hm? Ein Schild habe ich ja noch. Hm? Ich jetzt bin... ... ... ... ... ... ... Quatsch sagt niemand was, weil niemand was zum melden hat. Ja, weil... erst mal wieder ruhig ist. Ich glaube, ich mache mir so einen Weg zu Dennis hin. Scheiße, hier geht's nach unten. Ach naja. Ja, so viel habe ich jetzt nicht gemacht. Ich meine, im Gegensatz zu uns ist hier viel gemacht, aber... Bist du, ist hier schon wieder der verfickte Zaun weg? Justin? Nein, ich weiß nicht. Weil ich komme gerade erst. Wo? Wer bist du denn? Für dich. Ich dachte mir gar nicht... Wir machen ja nix, ne? Warte auf. Geht mir einfach nur nicht auf den Sack, das ist alles. Okay. Ja, warte. Ja, warte. Ich weiß nicht, ich habe das falsch geschrieben. Wie macht man das mit Sodo? Scheiße. Scheiße. Das ist mir jetzt feinlich. Los zum Mitsudo. Scheiße, Digga. Doch. Das wollte ich eigentlich schreiben. Das ist mir. Sicher. Scheiße. Scheiße. Vor allem, weil du und Dennis das sehen und ich meine Konsole hier halb überdeckt habe. Ich habe immer noch keine Fäden. Dann gucke ich, dass ich die Hülle wieder finde. Du hast operates juegos Zähne zu tun. Ich habe diese Hülle mit M 정er. Ich th beach auf." Ohne b對不起! Hebe dich dir nicht zuların. Das ist gesagt, ob Transport, wo ich mir sp settings capt Bringle. Vielen Dank.